Ok, wir haben ihn. Jetzt gehen wir noch ins andere Gebiet. Scheinbar ist die Quest auch fertig. Ja, scheinbar. Und ich habe mir überlegt, ich werde garantiert Elders Gold online kaufen und werde das als Fortschrittsprojekt nach diesem Champions-Verfragung gelten. Und da gibt es auch Reichsschlachten zwischen diesen drei Bündnispakten. Und ja, ich werde das Norddeug, Nord, Dunkelelf und Argonia nehmen. Ich weiß jetzt nicht was, aber ich werde kein Argonia nehmen, auch wenn sie kleine Drachen sind. Ich werde entweder den Nord oder den Dunkelelf machen. Wahrscheinlich werde ich beide mal antesten. Und den Dunkelelf einfach zum Magier oder zum Fernkämpfen machen. Und der Nord zum Krieger. Das passt auch am besten. Wahrscheinlich werde ich es nehmen. Also, man kann ja alles werden. In diesem Spiel kann man alles werden. Es ist nicht so sehr begrenzt wie hier im Regnum. Und ja, ich bin gespannt wie das Spiel wird. Ich habe mich für die Beta schon ewig angemeldet. Leider habe ich bei diesen zwei Wellen von Beta-Anmeldung, Beta-Einladung nichts bekommen. Aber ich bleibe dran und werde dann sofort let's playen. Also, ich werde Videos aufnehmen, wenn die den kommen. So, schauen wir. Da oben. Diese Löwen möchte ich gerne mal angreifen, aber ich habe Angst von den Söten. So, wir gehen wieder zurück. Wir haben Angst. Ah, wir müssen jetzt noch dort hin. Nein. Wir gehen aber unten durch. Und dann schön die Augen aufmachen. Ja. Und dann die Sterne. Die sind noch zu jung. Kann man die hier nicht? Nicht hoch. Okay, wir probieren es. Schnell hier hoch. So, wieder zurück. Aha, wir müssen einfach zu fest umgehen. Na, wir sind hier eingeladen. Stimmt ja. Was ist denn das für ein Request? Hier oben hockt sicher ein Zürcher. Er will uns abballen. Ah. Tschüss. Wir gehen wieder. Und jetzt? Hebritt. Was ist denn das für eine Quest? Ich verstehe das nicht. Das ist ja pur ein Selbstmord. Zum guten Glück ist es heute Morgen. Heute Morgen? Ist es jetzt Morgen? Verstehst du auch nicht? Gott, oh Gott, aber so etwas Blödes habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja purer Selbstmord. Ich hoffe, das wird eine super Belohnung, sonst kreuze ich die ja entwickle. Ne, das ist ja wirklich purer Angst hier. Ich fühle mich mit dem Charakter, ich will doch den nicht umbringen. Das ist purer Selbstmord. Jetzt gehen wir noch ins Charakterkessel und überall. Und ins Eferiatkessel. Sag mal. Ja. Meria. Genau. Das geht mal gar nicht. Was ist dann für, ne? Für diesen Zykluben. Pst. Pst. Ganz ruhig sein. Da ist nämlich ein Schütze. Oder ein, nein wahrscheinlich ein Schütze. Die sind gefährlich. Vor allem für Makelchen. Für kleine kleine Makelchen. Und eins von den blöden Sachen ist auch, man kann scouten. Man kann mit einem Fail einfach scouten. Aha, da ist jetzt ein Hexer, der gerade eine Quest macht. Oh komm, wir töten ihn. Was, sowas von frech von den Entwicklern. Wir überleben das nicht. Überall sind die am Level. Und jetzt müssen wir zur Burg. Nein, wir müssen nicht. Komm, wir bringen uns um. Ja. Genüsslich. Genüsslich. Bitte wähle aus, wo du wiederbelebt werden willst. Ich kann nicht auswählen. Man kann nichts auswählen aus der Art Hau. Ich gebe doch kein Echtgeld aus für das. Und sicher nicht mehr wiederbeleben. Tja. War schon. Gehen wir nach Birke. Wir haben es geschafft. Juhu. Jetzt kommt dann plötzlich eine Invasion von Syrten. Und töte mich, weil ich in ihr Reich eingedrungen bin. Huh. Hunt. Die große Jagd. The Great Hunt. Och, ich weiß nicht, wie es in der Mitte das ist. Dann rede ich in einer Michigan City. Und dann klinge ich an unserer Gegner. Ja. Ich denke an mein Mann. Auf drei Minuten. Dann werde ich jetzt zur Halse. Und wenn alles gut in der Mitte. Also.. Wenn ich hier noch im Mitteleute wäre. Dann würde ich zu den Gegnern gehen. Gegenständischen Reich. Und einfach meist komisch machen. So. Oh, ich wusste nicht, dass das Reich. die von den Franzosen ist. Ich wusste das nicht. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe keine Ortsbeschilderung gesehen. Darf man mal ein bisschen verwehrt machen? Ist ja so geil, wenn es Voice-Check gibt, so direkt. Wenn jemand in der Nähe ist und wir ins Herze drehen, dann hört dies das auch. Aber nur in der Umgebung, weil man schreit ja. Vielleicht kann man das dann so machen, dass wenn man schreit noch mehr hören könnte. Zum Beispiel in einem Dorf oder in einem Viertel einer Stadt oder so. Und dann könnte man so Leute verarschen und so. Das wäre so geil. Aber dann gäbe es dann wieder Spammer und so. Ja. Uh, ich habe kein Glück gehabt. Ich dachte schon, das wäre ein Feind. Hui. Ich barb immer noch Paranoia von dieser Mission. Muss abklingen. Es muss abklingen. Es muss abklingen. Also wenn ich mal genügend Geld habe, dann finanziere ich mal mein eigenes Spiel. So alleine programmieren. Nee. Aber mit Kollegen oder so, wie ich es gerne mache. Das wäre so geil. Wer will dabei sein? Wir können jetzt keinem muttern. Wäre ja doch geil. Hallo, fliegender Troll. Also, Mann. Naen Weihnachtsbau being. Ich brauch doch euch. Ich mag nicht. Na, wie viele Steine gibt es hier? Nochmal, Mann, noch nicht. Hey, super. Nimm Weihnachtsbärme, kommt die. Ich will doch noch einen Weihnachtsbärm sehen. Hey, was ist denn hier los? Alles von der Nacht noch. Leider noch ein Fels hier, aber macht nichts. Also nach diesem komischen Geschlingel gehen wir noch. Ding? Dings, Dings. Jäcker. Und Dings, nur noch einen Dings. Noch einen. Am Bergstein. Am Bergstein. Am Bergstein. Okay. Okay. You trolling, trolling. You didn't back enough. Okay. Okay. Hello, okay. So, 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 okay. Wanted it? ё... Okay, is doch egal. Schnellemann hat es nicht geschehen und ich hatte schon viel Angst. Ich glaube, es ist für einen Moment genug. Also, wir gehen nach morgen so anzucken, hier. Motsuken. Heute kommt vielleicht noch ein Server Play. Also Let's Play. Jetzt ein paar. Von Minecraft. Auf dem Server. Draco. Und sonst, weiss nicht. Diablo 3. Jo, mach ich ja. Ich bin noch ein bisschen müde. Irgendwie bin ich am Morgen immer müde, wenn ich aufwache. Ich darf nicht zu viel schlafen. Das geht doch nicht. Das sind 6 Stunden eigentlich viel. Das sind doch so wenig, anders schlafen. 8 Stunden. So. So. Okay, zwei Quests. Okay, zwei Quests. Now, seid ihr da? Wer ist hier drin? Gut. Und der andere. Ist hier. Gut. Jetzt müssen wir noch hier. Irgendwo. Etwas machen. Wahrscheinlich hier oben. Ja. Gut. Ähm. Roma. Ja. Dann haben wir es. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen das nächste Mal. Ihr entscheidet, wie oft Rechnung kommt. Indem ihr mir helft. Oder auch die Videos liked oder Kommentare schreibt. Und ja. Es ist ja nicht zu viel verlangt, kurz mal irgendwie zu farmen oder so. Oder? Aber. Ich kann euch verstehen. Es ist nichts. Ihr werdet ja nicht bezahlt. Und zwar. Nein, Scherz. Ähm. Ja. Es ist freiwillig. Es ist freiwillig. Und. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dass ich Let's playe. Dann muss irgendjemand auch da etwas machen. Und. Ich alleine kann das nicht. Und. Es wäre sicher auch langweilig, wenn ich nur die ganze Zeit irgendwie Quests und Plan Plan mache. Ich möchte auch gerne Langsschlachten machen. Und. Ja. Und wenn ihr Level 50. Ein. Äh. 50 bis. 55 sind. Dann können wir auch mal miteinander mitlaufen. Und. Sachen eroben. Aber so macht es keinen Sinn. Wir sind dann immer das erste Ziel. Und. Weckacken dann. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.